So, Aufnahmen ist jetzt an. Sich auch dabbt schon wieder auf die Hater. I'm Trolltrodge, Trolljury and Execute Troll. Execute Troll. Okay, Hackerim hat also beim Klugauf angefangen. Dann wähle ich jetzt ein Rad auf. Einfach weil ich es kann. Ich bin böse. Oha. Und da ist sein Flash raus. Ja. Er hat versucht den Troll zu fighten. Das funktioniert auf Level 1 nicht. Okay, wann geht der Yasu Base? Hat der TP dabei? Okay. Ist auf jeden Fall TP dabei. Ich sag dir, wenn der, wenn der TP't, mache ich Flash eh, um seinen TP abzubrechen, I swear to god. Oh, you have made a big mistake. Okay. Nee, wie kann ich steigen? Richtig. Wenn er noch 17 Sekunden da bleibt, kann ich ihn richtig halt abfacken. Den hat er nicht gekriegt. Viel's besser. Ich... Hackerim. Danke für 5 Leben. Dankeschön. Ich finde lustig, dass wir das einfach wieder entfernen. Das Scaling Health von Grasp. Ich erinnere mich nicht daran, dass man jetzt Bonus-ARD bekommt, beziehungsweise AP. Ich meine, ich finde es nicht generell so, dass Tanks zu viel Damage machen. Und man mehr damage geben. Ja, aber das ist ja kein Instant-Damage, das ist ja... Hard Relater-Damage. Trotzdem, das ist halt trotzdem scheiße. Ich meine, die wollen eh lange im Kampf bleiben. Ja eben. Sagen wir es so, das macht Grasp an sich ja auch relativ gut. Nur, dass Grasp im Moment halt Magic-Damage ist. Das versuchen sie grad irgendwie zu entfernen. Deswegen versuchen sie irgendwie das Adaptive reinzukriegen. Jetzt haben sie erst versucht, den Damage-Adaptive zu machen. Das hat es anscheinend nett gebracht. Also haben sie es jetzt einfach entfernt und jetzt gibt's AD. Wow. Ganz, ganz fetter Schaden, Kumpel. Fetter Schaden. Wirklich. Soweit hat mein Fragebogen über League of Legends geschickt. So über E-Mail. Ja, hab ich auch schon eingekriegt. Und die Fragen da sind gestellt wie vor 20 Monaten. Holy shit. So als wir... Da wurden immer noch die ganze Zeit Einflusspunkte benutzt. Als Namen. Statt blauer Lizenzen. So was so neu ist das jetzt auch wieder nicht. Ja. Aber sie sollten dann wenigstens schon neu in neuen Fragebogen machen. Wenn sie schon machen. Holy shit. Vor allem schicken wir erst mal um 2 Uhr nachts. Was für ein Klick hab ich grad mit den Stacks? Holy shit. Ich hab grad den gegenlichen Quamp gemacht und genau dann wurde er gestackt. Oh. Das ist schön. Oh je shit. Ich hatte noch nie so ein Glück mit den Stacks. Was? Überlebst du das? Soldier. Weil sie einfach durch meinen Pillar durchrennen. Guck's auf Leute. Ihr seid durch meinen Pillar gerannt. Ähm. Der Hecarim hat Predator raus. Cool. Schönes. Der Ding hat so wenig Leben. Ich kann hier einfach auf der Lane bleiben. um. Aber ich rack mich ja eh wieder durch die Passive. Das trafst du mich nicht. Und was? Der wollte grad in den Turm daschen. Und ich dachte mir so. Dude. Das wär jetzt. Das wär jetzt der YOLO. Größter YOLO deines Teams. Nein. Oh mein Gott. Ich bin dumm. Ich hätte die Krabbe noch schnell machen können. Markiert wurde. Und Hecarim ist top. Auffassen. Unlucky. Okay. Dass der Yasuo das überlebt hat, ist einfach Bullshit. Aber hey. Was willst du machen? Das ist halt Yasuo. Logik. Er kriegt halt sein Schild während der Ulti. Wenn er das nicht kriegen würde, hätte er gestorben. Aber nein. Er kriegt ein Schild dafür, dass er eine Taste drückt. Hätte er gestorben. Cool. Und ich dachte ich können kann Deutsch. Kannst auch nicht. Ich weiß danke. Soll ich doch was für Anfänger. Ich bin nicht übel. Aber ich bin nicht übel. Ich bin nicht übel. Aber ich bin nicht übel. Aber es wird sein. gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Haha. Ich habe Hecarim's Blue-Waff geklaut. Das ist schön. Das f*** das Pferd für gewöhnlich immer ziemlich hart. Außerdem kriegt. Und ein Seraph. Okay. Ein Seraph f*** das nicht so hart. Außer er verliert die Lane. Dann kann er den Blue-Buck. Und dennoch den Tahm Kench getötet. Okay. Wir halten fest. Der Typ kann mich nicht verhalten. gut. Na gut. Wenn er nur Griff baut und du ja all seine AD klaust. Komm Funkel. Freit mich. Komm her. Freit mich. Na macht Spaß im Turm ne. Nope. Nope. Wenn Trundle die Basic Attack gemacht hätte ne. Aber Trundle denkt sich so. Nö. Ich bin ein Troll. Der Ding kommt zu dir. Der ist Zickerem. Na gut. Ja so kann ich ja. Ach gedotscht. Gut. Gut. Oh Jesus Christ. Begarem kommt zu dir. Taunte ihn kurz. Zeckerem in deinem Jungle irgendwo? Ich hoffe mal nicht. Doch der ist da. Gib mir nur ne Überraschung. Okay. Kill secured. Geht hin. Frisst ihn. Geht wieder. Na im Kopf ab. Jetzt nehm ich den Legsten. Na Kumpel. Willst du ein Trundle mit Red Buff fighten? Ich glaube nicht. Ich nehme mal an. Äh. Digarem hat die Quarks nicht gemacht. Ne hat er. Hat er nicht. So. Ne was jetzt? Hat er nicht. So. So. Sechs Stacks. In der neunten Minute. Easy. Hier ist der Su. Nomm. Ich komme. Das war. Das war. Das war legit. Der längste Nomm. Den ich jemals gesehen habe. Das sah ja immer geil aus. Ich denke mir so. Kriege ich den noch? Dann fliegt da einfach dieser Wund hinterher. Fuck ey. Kumpel. Das ist ja schön, dass du jetzt wieder auf der Lane bist. Aber fighten kannst du mich immer noch nicht. Warte. Ich will ne assist. Ich will ne assist. Ich will keinen. Richtig. Nee. Schade. Schade. Tschüss Kumpel. Mann das war. Das wär mein siebter Stacks gewesen. Stacks. Die Meister von Stacks. Ein siebter Jax wär das gewesen. Ich mag Jax, wenn der abjax. Der ist ja nur homo. So. Sein TP war halt quadlike. Okay. Sein TP war legit einfach in den Tod. Und dann ist er noch in die Minion Wave reingedashed. Wie doof muss man sein. Der hat mindestens 300 Schaden von Minions genommen. Ich bin nicht so auf 5000. Ich mein ich brauch keinen Red Buff wenn ich Minions hab. Fackst du Red Buff? Ich sag dir ich bau gleich Borg. Ich sag dir. Dann würde nicht nur der doof gucken. Dann würdet ihr auch doof gucken. Dann würden alle doof gucken. Oh scheiße. Oh scheiße. Wieso? Weil die Gegner keine Tanks mehr. Lass sie kommen. Also sagen wir es so. Da kannst du. Da kannst du Titanic Hydra eher bauen auf Trundle. Als. Als Borg. Ich würd ich. Wenn die Gegner Tanks haben. Dann brauchst du nur Borg als Trundle. Du bist halt. Ekelhaft. Ich brauch generell äh. Irgendein. Lass sie leiten. Auf Trundle. Einfach nur. Mit der guten. Wegen der. Guten synergy. Mit der W. SS. SS. Nazi confirmed. Ja. Nazi confirmed. Sowas von. Oh shit. Ich glaube nicht. Weil hier kamen wir letztens. Äh. Wo ist mein. Wo ist mein. Feeding. Yasuo dann hin? Keine Ahnung. Äh. In Jungle Feeding. Na cool. Yasuo steht rein. 0. Äh. Avenged 3 0. Es steht sie 4 0. Nice. Okay. Ich frag mich wann die Botley mich flamet. Dass die nie äh. Ganker. Die machen. Crank. Cool. Was soll ich jetzt dagegen machen. Ich kann nicht. Wenn ich jetzt auf der Lane TP. Kann der Typ dreimal queuen. Bevor ich äh. Bevor mein TP durchkommt. Mh. Ja. Au. Alter. Wenn du schaffst du stehlen. Boah. Unlucky. Da hat er leider was verhundert. Smited. Da kannst du auch nichts machen. Naja. Passiert. Ja. Trotzdem guter Versuch. Wenn alle Ticks durchgekommen wären. Dann wäre der Drang gestorben. Aber da hat er Smited. Und das heißt. Metall kannst runter. Unlucky. Crawling in my smite. Crawling in my crawl. Crawling in my crawl. Crawling in my crawl. Crawling in my crawl ist die schlechtere Version von The Best. Kennt ihr The Best? The best von Foo Fighters. The best, the best, the best, the best, the best. Zwei Minuten später. The best, the best, the best. Das ganze Lied. Ja, viel Spaß mit unterm Turf, Pimmeln. Kommt jetzt auch nur um den Sturm zu mobben, oder? Nein, ich finde es ist auf der Suche arm. Ich komme jetzt um mit zu mobben. Habe ich gerade wegen Iceborne Gauntlet Tower Acro gezogen? Gut, dass du den Typen erstmal wegschubst. What the fuck, was das für ein Auto Attack? Komm her! Was machst du hier? Ich bin von meiner Läden, weil ich will nachdem ja so mobben. Alleine, Ruhe. Warum alleine? So langweilig. Solo-Cue-Spieler. Ich habe einen fetten weißen Stab in der Hand, du weißt, was ich damit mache. Übrigens, Trundle ist hier, genau, Hackeram ist hier, ne, und kommt jetzt gerade zu dir runter, zusammen mit dem anderen Typen. Oh, Alter, er hat einfach voll gemüt. Oh, äh, ja, äh. Ich glaube, der hat gerade gehofft. Mich wohnst du schotten? Das ist gut. Ja, die sind hier zu, ich dachte, die wären gerade hier zu. Ich habe voll gegen die Wand getroffen. Ha, easy. Hups, äh, das ist zwar nicht gewollt, äh, ja. Okay. Holy shit, was macht Wayne hier? Keine Ahnung, Botlane ist halt hier. Sagen wir mal so, Shen ist auch hier, also. Ne, ich glaube, der hat gehofft. Oder? Ne. Dann kann es sein, dass der Ding auch hergehofft hat, ne? Ich mach schnell Blue-Waff, um am Servus zu sterben, okay? Schön. Ich glaube, es stimmt dir etwa so. Und du bist tot. Ja, komm mal. Sie haben einen Flashgott zu spät ab. Ach so, warum? Ja, du bist doch weggegangen. Wärst du noch da gewesen, wäre das jetzt easy gewesen. Oh nein, du bist weggegangen. Verdammte Scheiße. Report it. Instant Report. Wollte ja so abholen. Oh, Alter. Siehst du, jetzt habt ihr nämlich den Salat mit der gefiederten Bane. Lel. Lel? 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 Lelp, Lelp! Abt ihr den? Safe? Jo. So geht die Wände suchen. No, nein, die Fountain. Holy sh**. da waren die da waren die die nacktbilder du strong vor der weine und schütte zum gefressen vom ton gefressen wait there's something wrong aber der hoffentlich ist noch krieger mit naja das sieht ja dann der steht ok der gold hat es wieder ich habe gerade tower agro gezogen weil ich die wellen mit meiner e getroffen habe immer diese eigene tut er mich ich habe gehört der herald ist gerade ein ziel wie kommst du auf klopp 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 du musst putz schreien ist der falsche champ für putz da muss genug sein er nimmt das jetzt ein schädlich wollte dass du dir nimmst executor ich habe übrigens mit der ss ich glaube der jasso will nicht mehr nee da war viel vermitteln und portland wie gesagt er will mich einfach nicht mehr wenn man will mit den treuen freund sein ich gar nicht nachvollziehen ich auch nicht der tollste lustigste das heißt der kann ja auch erst mal wieder ein bisschen am und dann sagt die server noch nicht mal danke ja schön scheiße ich mache jetzt train ich gehe ich mache jetzt train weil er nicht nur ein stack ist sondern man trennen ist wertvoll ist ich habe kein tp ab ich habe kein tp ab ich mache den solo und ich habe gesagt ich mache den solo das hat die cw glaube ich nicht gehört ich meine das nach dem train solo machen also es hat nämlich nur ein boomerang geworfen immer auf full life bin ich glaube die kommen zu dir zu viert ja die kommen hundertprozentig zu dir ich muss warten äh nie minute now ähm nein weil da kein cooldown ist ein schild ist weg mein magie schild ist weg was ist kein schild was meine schild ist FOX ich bin tot oh shit und nein die wen hat zu wünscht dem titel einer war die wellen da hast du einen namen gemacht hey mein magie schild ist wieder da warum ist er wieder da hat gefällt penta 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 jetzt ist mein schild wieder weg warum geht mein schild immer wieder weg ist das ein bug oder so ist das spagetti code wieder vor allem hallo pferd ist vermutlich fast abgelaufen ja wenn keiner damit arbeitet dass der typen magie schild dann magie schild herald ist doch dasselbe ernsthaft welche lanes hätte jetzt pushen es sind alle gepusht der troll hat kein plan von wegen der troll hat offiziell keinen plan mehr welchen botlen ist doch im großen minion kannst du als drachen sehen oder als baron als einfachen baron die wäne hat doppel attack speed gebaut darf ich das mal anmerken hat jemand einen sweeper die schilder für die zukunft aufsteht ich bin tot oh fuck oh fuck oh fuck tot du bist fucking tot ja ich hab alter eine seraphs queue macht mir 666 schaden alles klar tschüss wo war meine ult meine freunde klatsch ok wo war meine ult klatsch ok schau hehehehehe hey youtube nach wir stellen knapp 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 *** 忙 JAH gut Genau. Gali, Gali-Depp. Ah, von der Richtung sieht es gar nicht aus wie ein Depp. Nooooh. Kannst du keine Schwuchtel mehr sein? Doch, so. Gott dammit. Äh, äh. Äh, äh. Äh, Deutschland. Kleingeld. ... Hast du ein bisschen Kleingeld? ... Hast du mal einen. Hast du mal eine deutsche mag?! Hast du mal einen Euro? Hast du mal einen Euro? Hast du mal ein Kondom? Aber bitte ... ... nur einen effects ... ... isxl Da ist die Tür. klatsch 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 super klatsch super klatsch äh skrrr 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 da ist ein jazoo da ist ein dragon in 17 Sekunden oh mein twang ich nehme den twang ihr könnt den rusch ihr könnt den rusch fighten im moment in dem ihr engaged werdet jawoll so gefällts mir jetzt mal schonen hinein pass auf ich dachte ganz so soll ich da tp'n aber ich kann da nirgends hin tp'n also wo soll ich hin tp'n ne oh god peace out oooohh sind wir gut holy shit ja aber keine ahnung was zum f**k rassiert ich weiß nicht ich weiß nicht ich glaube wir können das spiel beenden oder ja ja so können wir können dir so auf jeden fall locker falten naja das was ich bin halt tot hau den turm klatsch 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 die sind jetzt alle wieder ab also du hast mich für einen turm das ich nicht wehrt sorry der troll weiß leider nicht was für welches wort das ist non he's crazy he is crazy and lol what the fuck oh shit also da bin ich gerade explodet wie sollt ihr ne rollt hier nobody knows gut das psycho das so viel machen konnte alles was sie hätte umbringen können wir auf kohle als ob bei dir jeder spell auf kolon war ulti und ich habe alles benutzt was ging bei dir ist man nie sicher ob du auch alles benutzt hast ich will niemanden beleidigen aber du scheiße neues siehst du ich habe ihn nicht beleidigt erstens ich weiß es zweitens das ist nichts neues dass ich heiße bin ist ein fakt genau dass wir das wie die kinder hatten geilen arsch ist auch ein fakt zurück zurück ganz normal mein beruf schul ist einer der gesagt ich bin ganz normal ich meine ich meine es ist ein anime freak natürlich mag das so etwas hat eine offizielle bedeutung die offizielle bedeutung ist jemand der herr hast du das video gesehen hast du nicht das video gesehen ich gucke keine videos die nicht meine sind ich wollte es angucken ich wollte es angucken aber dann nach einer hälfte habe ich eine einladung loll bekommen jetzt habe ich keinen bock mehr alles was sagt ist wahr warum auch immer es ist einfach war es selber einer von ich bin ich bin ich bin die ich bin leona Oh Scheiße, ist das vielleicht nicht so akkis? Oh! 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 Ich hasse Tam Kench! Tam Kench ist genauso schlimm wie Lee Sin und fucking hier, wie Lee Sin oder was da? Blitzcrank! Gut! Ach, du willst auch noch, ja? Was ist aus der Turm hin? Klatsch, 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 hier fang! Der Troll ist so ein Mob, ey! Deswegen pickt man niemals erste Leute! Genau deswegen! Okay! Okay!